Bereits im Säutlingsalter können Kinder aktiv kommunizieren, vor allem über den Blickkontakt. Sie sind schon fähig, Gefühle am Gesichtsausdruck anderer zu erkennen. So findet schon in den ersten Wochen und Monaten ein intensiver Dialog mit den Eltern statt. Babys haben eine Vorliebe für Gesichter und starke Kontraste. Sie erkennen die Eltern genau, denn in einem engen Radius können sie scharf sehen und fokussieren. Typisch ist auch das lang andauernde in die Augen schauen. Mit etwa neun Monaten haben Kinder ihre endgültige Augenfarbe. Auch das räumliche Sehen und damit das gezielte Greifen hat sich schon entwickelt. Sie finden die ersten Worte und erkunden die Welt mit Augen und Händen. Und wenn es zu viel wird, kann man sich hinter den Eltern verstecken. Was ich nicht sehe, das sieht mich auch nicht. Dein Programme ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020